Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist auf jeden Fall voll spannend, das Ganze zu erkunden und man kann da auch schauen, wie man sich selber traut, sich selber gut einschätzen. Das sagt dann auch immer, was man noch besser machen könnte und lobt einen auch als so mega cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017